Oh mein Gott, Leute, sie ist endlich da! Die ultimative Resident Evil Loot-Chest-Kiste hat jetzt, glaube ich, fast ein halbes Jahr gedauert, bis sie endlich eingetrudelt ist. Es gab so ein bisschen Probleme mit dem Zoll. Warum, wieso, weshalb, was da jetzt drin ist, was so lange gedauert hat, das wollen wir natürlich rausfinden. Das heißt, ich quatsch nicht, sondern ich mach jetzt auf. So, eine große Verpackung ist es auf jeden Fall schon mal. Und dann gucken wir mal rein. So, topsecretlootchest.de. Ich hoffe, ich habe es nicht gespoilert. Ich packe es doch mal weg, weil da ist nämlich hinten was drauf, was ich bestimmt nicht sehen wollte. So, hier haben wir erstmal was Großes. Okay, das war tatsächlich schon der Inhalt. So eine Schweinerei. Das ist auch ein bisschen mies. Kann man ja gar nicht die Packung richtig genießen. So, ein großer Krug mit Resident Evil. Das ist vom ersten Teil. Den Zombie kennt man. Das war auch eine geschnittene Szene. Die gab es in der ursprünglichen deutschen Version nicht mehr. Später im Directors Cut war es dann, glaube ich, mit drin. Ja, ein großer Krug. Umbrella steht drauf. Jetzt allerdings nicht die beste Qualität, weil hier bei uns schon ein paar Streifen drauf sind. Oder ist das nur Schmutz? Nein, es ist ein Schmutz. Haben wir ja Glück gehabt. Ha, sauber gemacht. So. Ja, passt. Das ist gut. Also das geht auf jeden Fall. Kann jeder was mit anfangen. Ob man nur Wasser rein macht oder mehr Wasser, das ist auch egal. Dann haben wir das schon mal. Ein Resident Evil Cap. Von Diffused. Das sind ja die, die so offizielles Merch herstellen. Ach so. Siehst du, da bin ich raus. Da ist ja deine Playstation Jacke her. Playstation Jacke, ja. Aber dass da Diffused drauf stand, das weiß ich gar nicht. Ne, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Auf jeden Fall Cappy. Definitiv cool. Das hier oben kann man abmachen, kann man auch aufheben, denn. Und man setzt sich das so auf. Und, ach ja, doch, mir stehen die irgendwie. So. Jetzt drückt die Brille aber auf die Nase. Der Bügel ist ja, der Schirm ist ganz schön krumm. Sind die nicht eigentlich sonst immer so richtig gerade, wenn man sich die neu kauft? Du hast ja hier so die Trucker Caps, die du meinst. Also ich bin ja jetzt auch kein Profi. Oder Snapbacks oder wie auch immer die genannt werden. Die haben dann irgendwie so einen geraden Schirm. Und das ist hier so ein Baseball Cap. Die haben dann so einen gebogenen Schirm. Irgendwie. Naja. Ist ja auch egal. Sitz, Pass, Wackel und hat Luft. Dann haben wir hier eine Limited Edition der Main Medaille von Resident Evil 2. Auf 5000 Stück limitiert. Inklusive eines Ständers zum Hinstellen. Passt dann natürlich perfekt zum Resident Evil 2 Steelbook, was ich zu Hause habe. Weil ich mir nämlich dann auch das T-Book für gegönnt habe. Und ja, die Medaille ist mit der Main Figur da 1000, ne 1989 doch 5000. Achso, ist nun mal 1989. Okay. Von Capcom ist auch klar. Nehmen wir dann quasi den Coin Spender. Ups. Mal zusammen basteln. Und dann kann man sich das da so hinwuppen. Joa, ich sage mal so, es gibt jetzt bestimmt interessantere Medaillen. Weil Resident Evil lebt ja natürlich von seinen Rätseln. Und nicht unbedingt von den Figuren und Monstern. Aber irgendwie thematisch so ein Zombie. Irgendwie ein Viech dann so. Das wäre natürlich auch gut. Er hätte einen Licker drauf sein können. Er hätte auch eine Goldmedaille verdient. Für den Uglies Klücher Contest ever oder so. Keine Ahnung. Aber ja, gut. Trotzdem nicht schlecht. Als Resident Evil Fan kann man definitiv was damit anfangen. Ansonsten dreht man es um. Dann steht da wenigstens noch Resident Evil 2 drauf. Ist glaube ich nicht so verkehrt. Ich meine thematisch, es zielt halt ganz hart an die Resident Evil Fans ab. Weil wer da ja kein Resident Evil Fan ist, kann mit der Kiste so oder so nichts anfangen. Also das ist jetzt der große Vorteil. Ich glaube, alles was hier drin ist, das mag man dann auch. Das fängt auch direkt beim T-Shirt an. Oh, das sieht sehr gut aus. Wo ist das für eine Größe? Eine S? Oh, hier ist gar keine XL. Na, da müssen wir ja gleich mal gucken, ob ich überhaupt reinpasse. Sieht strange aus mit dem Regenschirm und dem Blut. Irgendwie sieht es bunt gemischt aus mit dem Blut, was hier so drauf ist. Das ist der gleiche Tropfen wie da. Das ist auch der gleiche. Also, naja, egal. Schauen wir mal. Wie gesagt, Konfektionsgröße S. Mal gucken, ob ich reinpasse oder ob ich gleich nackt hier sitze. Ha! Selbst eine S passiert mir, genau. Selbst eine S passt. Ein bisschen Atemnot. Ne, passt eigentlich. Da ist jetzt natürlich an den Armen irgendwie nicht viel Luft. Aber zumindest sitzen die Ärmel jetzt hoch. Das ist natürlich zum Protzen und Prallen für den Bizeps immer sehr praktisch. Also, Männer, wenn ihr vielleicht ein bisschen kräftiger seid, kauft die T-Shirts, die oben ein bisschen kürzer sind. Weil das sieht dann immer gleich ein bisschen bulliger aus. Guter Trick, oder? Ansonsten müffelt das T-Shirt extrem nach Keller gerade. Also, da merkt man, dass die Kiste eine ganze Weile irgendwo eingelagert war. Oder es liegt tatsächlich am T-Shirt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber das muss ich auf jeden Fall erstmal waschen. Das riecht nicht so schön. Ist mir nämlich sonst vorher noch nie aufgefallen. Deswegen der kurze Hinweis. So, da haben wir hier noch die Capcom Bottle Opener. Ja, also einen Flaschenöffner. Ja gut, von Starz. Quasi auch. Ganz normal aus dem Resident Evil Universum. Raccoon City. Also auch Teil 1, Teil 2. Ich glaube, beide sind Raccoon City. Ich glaube, ja. Magnetisch. Und ansonsten ist es halt ein Flaschenöffner. Kann ich jetzt nicht allzu viel zu sagen. Da steht noch was Starz eigentlich heißt. Special Tactics and Rescue Service. So hieß es eigentlich, genau. Es kam, glaube ich, nur im Intro einmal kurz vor. Und dann hat man das nie wieder erwähnt. Und man sieht immer nur das Starz-Logo. Aber macht jetzt auch keinen Unterschied. Raccoon City. So. Weiter geht's. Also Füllmaterial ist auf jeden Fall eine Menge drin. Und dann haben wir hier ein Fanart-Print. Wenn ich jetzt gerade richtig gelesen habe. Welcome to the Raccoon City. Population is zero. Ne. Das sieht man nicht mehr. Ähm. 200. 23 von 995. Ach. Fanart-Art-Print. So rum heißt das. Text-Stat-Paper. Also Texturpapier. Das heißt. Ja. Es hat halt Tiefe. Resident Evil 2. Also thematisch ist halt wirklich Resident Evil 1 und 2 am Start. Das ganze von Capcom Certificate of Authenticity. 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 Naja. Mich stört das Stadt da hinten drin immer. City. Ja. Original. Kann man sich an die Wand flacken. nochmal einen schönen Rahmen drum. Und dann sieht das ganz geil aus. Wie gesagt. Ist so ein etwas schraffiertes, gerautes Papier. Und vom Print her sieht es ganz cool aus. Wie gesagt. Ist matt und nicht glänzend. Weil jetzt wie gesagt die Folie dran ist. Ich lasse jetzt aber einfach dran. Ja. Das ist doch ganz schön. So Kai. Jetzt bist du nochmal kurz gefragt. Weißt du noch was das gekostet hat? Also die Kiste lag damals im März wohlgemerkt bei 79,95. Ähm. Junge. Also eine Münze. Limitiert auf 5000 Stück. Flaschenöffner. Ein Glas. Ein T-Shirt. Ein Cappy. Und ein Bild. Ja. Also T-Shirt wie normal. Ich würde jetzt mal auch 15 Euro sagen. Cappy wahrscheinlich 15 Euro bis bei 30 Euro. Das Fanart da oben wahrscheinlich. Ich nehme mal 20 an. Bis bei 50 Euro. Ja. Das Glas nochmal ein Zehner. Das Ding auch nochmal ein Zehner. Das für ein Fünfer. Das würden wir sagen ja. Ja. Aber der Einkaufspreis ist natürlich anders. Also ich finde jetzt im Gesamten ist mir das eigentlich zu wenig. Also 80 Euro. Da erwarte ich irgendwie mehr als einen Flaschenöffner und so eine Medaille. Ich meine der Krug ist ganz cool. Das Bild ist auch cool. Cappy ist cool. T-Shirt ist cool. Ohne Frage. Du kannst ja nochmal hinten auf das erstmalige Top Secret drauf gucken. Genau. Wer steht da drauf? Das wollte ich auch nochmal machen. Genau. Ja gut. Preise stehen jetzt nicht drauf. Es hätte drei Sammelmünzen gegeben. Die Lion Medaille. Also die Löwenmedaille. Das Einhorn. Oder halt eben die Maiden. Dann der Kunstdruck. Base Cap. Flaschenöffner. T-Shirt. Und dann der Embraer Krug. Also grundsätzlich thematisch absolut richtig. Das passt. Aber warum hat man da statt dem Krug oder dem Kunstdruck vielleicht nicht eine Figur mit reingepackt. Ich weiß nicht ob das in der Menge das gibt. Es gibt garantiert Figuren. Also ich will jetzt nicht sagen dass es enttäuschend ist. Aber ich habe irgendwie etwas anders erwartet. Es ist grundprinzipiell nicht schlecht. Aber ich empfinde den Gegenwert für die 80 Euro jetzt nicht so gegeben. Also rein rechnerisch mag man da vielleicht hinkommen. Ohne Frage. Aber. Ja. Also sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Das Fanart finde ich aber eigentlich ganz cool. Und ich glaube fast noch mit am meisten Eindruck macht die Kiste. Ja. Also die Kiste ist definitiv geil. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben. Aber. Das reißt sie jetzt auch nicht raus. Also dafür dass wir auch so elendig lange gewartet haben. Gut da konnten die jetzt nichts für. Da kamen ja verschiedene Umstände. Wie gesagt irgendwas hat gefehlt. Und dann kam noch der Zoll dazu. Und was weiß ich wie die Geschichten waren. Aber so im Ganzen. Also mich haut es jetzt wirklich nicht um. Also T-Shirt ist cool. Cappy auch. Das ist das was ich wirklich gebrauchen kann. Glas kann man auch gebrauchen. Flaschenöffner habe ich auch mehrere zu Hause. Und so ein Coin da. Haut mich jetzt nicht so. Schreibt mal was ihr davon haltet in die Kommentare. Werdet doch euren Senf bitte los. Nutzt die Kommentarfunktion dafür. Schreibt rein was ihr denkt. Oder ob ihr damit zufrieden seid. Weil ich habe schon bei vielen gesehen. Ihr habt die jetzt endlich auch bekommen. Und ihr habt genauso lange gewartet. Einige wie ich es schon gelesen habe waren zufrieden. Andere halt eben sagten auch so ja ist okay. Also ich hätte jetzt auch eher so wahrscheinlich 50 Euro angesetzt. Auch wenn das natürlich wieder so die Einzelpreise klar. Ja so ein Cappy wie gesagt bist du auch ganz locker mal schnell bei einem 20. Das ist halt eben. Ja ist das schwierig. Aber wie du schon gesagt hast. Die Einkaufspreise sind dann natürlich eine andere Hausnummer. Ja. Naja. Gut wie gesagt. Nutzt die Kommentarfunktion. Schreibt rein was ihr davon haltet. Und ansonsten noch einen schönen Tag gewünscht. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.